Musik 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 Eine Suppe oder ein Essen ohne Salz ist eine ziemlich fadige Angelegenheit. Und etwas Langweiliges wird auch als salzlos bezeichnet. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein recht gutes gesalzenes neues Jahr. Salz haben Sie bis vor kurzem bei GOP in den bekannten blauen und grünen Kilopackungen bekommen. In Basel zum Beispiel, wo schon das Trinkwasser Fluor enthalten, gab es ausserdem eine rote Packung. Eine Umfrage hat jetzt aber gezeigt, dass Konsumenten lieber eine kleinere Packung hätten, weil wir unter anderem wegen der veränderten Essgewohnheiten, denken Sie zum Beispiel an die vielen bereits gesalzenen Fertiggerichte, nicht mehr so viel Salz braucht wie früher. Und das sind es jetzt, die neuen, halb so grossen Salzpäckchen, die auch gerade einen neuen Namen bekommen haben, Jura-Sell. Unser Schweizer Salz verdanken wir nämlich einem flachen Meeresarm und einem heissen Klima, das vor 200 Millionen Jahren unsere Landschaft bestimmt haben. Die Landschaft vom heutigen Jura. Der Meeresarm ist mit der Zeit durch den Sanddamm vom übrigen Meer abgetrennt worden. Im trockenen und heissen Klima ist das Wasser verdunstet und die zurückbleibende Salzschicht ist später von verschiedenen Ablagerungen zugedeckt und vor dem Auflösen oder Abträgen geschützt worden. Vor ungefähr 70 Millionen Jahren hat sich der Ritalgraben angefangen zu senken und das Gebiet am Hochrei ist durch zahlreiche Brüche und Scholen zerlegt worden. Mit aufwendigen Sondierbohrungen ist man den versteckten Salzlager, die die Geologen in der Region vermutet haben, auf die Spur gekommen. Die ersten Bohrungen in der Schweiz sind 1821 durchgeführt worden. 1836 ist man dann auf das erste Salzlager gestossen. Heute werden durch die Vereinigten Schweizerische Riesaline in Schweizerhallen jedes Jahr rund 300'000 Tonnen Salz im Sohlenförderungsverfahren gewonnen. Der grösste Teil davon wird an die Industrie und das Gewerbe verkauft, rund 12% als Kochsalz. Der Name Jura-Sel soll an die Entstehung von unserem Salzlager vor 200 Millionen Jahren erinnern. Die neu gestalteten Packungen sind nicht nur handlicher geworden, man kann die einzelnen Sorten, die zur Wahl stehen, jetzt auch besser unterscheiden. Das Jura-Sel mit Fluor und Jod zur Vorbeugung gegen Karies und zur Kropfprophylaxe, das besonders rieselfähige, jodhaltige Tafelsalz und das Jura-Sel mit Jod. Einige von Ihnen erinnern sich sicher noch an das Fitnessrezept aus dem früheren Mittwochstudio. Wir bekommen heute noch positive Reaktionen und freuen uns, Ihnen von jetzt an wieder regelmässig Tipps und Anregungen für eine gesunde Ernährung zu vermitteln. GOP bietet nämlich alles an, was es dazu braucht. Sie müssen nur noch auswählen. Hoi Mami, bist du gewesen zu posten? Was hast du gekauft? Schocki und Eis? Schocki und Eis hast du das Wichtigste. Schau, schau, Vollkorn oder Herdöpfel? Salat, Obst, Milch, Fleisch und Käse. Ja, und was gibt es denn zu essen? Herdöpfel, Salat und Obst. Und morgen dann Vollkornteigwaren mit Gemüse, Bolognese und Salat. So einfach ist das. Aus den Herdöpfeln mache ich heute Stock, fülle ihn in eine Auflaufform und bespicke ihn mit Speckwürfeln und lasse alles im Ofen überbachen. Dazu gibt es Antifisalat mit Rüeblisstreifen und zum Dessert Öpfelschaum. Und zum Trinken Eistee? Natürlich dein Eistee. Und wenn du alles schön ausgegessen hast, reicht es vielleicht noch für deine Schocki. Wie Sie einkaufen, so essen und trinken Sie. Die Herdöpfel, die Sie für das Ofen-Tori brauchen, bekommen Sie bei uns jetzt besonders günstig. Die Bintje im 2,5 Kilo Tragsack gibt es das Wochenende zum Aktionspreis von nur 2,90. Von dieser Gelegenheit sollte man doch eigentlich profitieren. Und weil man Aktionen auch sonst immer gut brauchen kann, hier gerade noch ein paar weitere Beispiele. Der schöne Strauss-Tulpenkost bei Coop nur 4,90. Den 800-Gramm-Block Schweizer Racklekäse gibt es für nur 1,45 je 100 Gramm. Ein Liter Coop-Sonnenblumenöl überkommen Sie für nur 3,50. Diese dekorative Bettwäsche in verschiedenen Dessins offerieren wir Ihnen für ganze 30 Franken. Und 3 Tauben Elmex Rot oder Grün kosten nur 7,90. Ausserdem überkommen Sie alle Coop-Preis-Sorten im Kilopack 40 Rappen günstiger. Und von morgen an gibt es im Coop-Restaurant wieder ein besonders günstiges Menü unter 10 Franken. Pastetli mit Pommes frites und Erbsli für nur 7,50. Heute, am 6. Januar, ist die Schweiz ja bekanntlich wieder einmal zur Monarchie erklärt worden. Ich wünsche darum allen kleinen und grossen Königen viel Spass am Regieren und Ihnen allen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.